Übung 9b Guten Tag, ich habe meinen Ausweis verloren. Deshalb möchte ich einen neuen beantragen. Guten Tag, setzen Sie sich doch bitte. Sie müssen leider noch einen kleinen Moment warten, weil ich noch diese Mail beenden muss. Kein Problem, ich warte. So, fertig. Entschuldigen Sie, ich hatte Sie leider nicht verstanden. Was kann ich für Sie tun? Ich bin hier, weil ich meinen Ausweis neu beantragen möchte. Gut. Haben Sie Ihren alten Ausweis dabei? Nein, den habe ich verloren. Deswegen bin ich ja hier. Ah ja, verstehe. Dann nennen Sie mir bitte Ihren Familiennamen. Ich schaue im Computer nach und dann ist das ganz schnell...